Musik Angefangen habe ich über die Musik. Ich habe ja früher viel Musik gemacht. Und ich kann mich erinnern, wir hatten mit unserer Band, die hieß damals Das Leben, einen Auftritt, ich glaube so 1993 rum, im Theatron im Olympiapark in München. Und es war so eine Mischung aus Musik und Performance, das hat sich da schon entwickelt. Und nach dem Konzert sagte irgendjemand zu mir, das war ja heute mehr Schauspielerei als Musik. Dann dachte ich mir, mhm, okay. Und dann fing ich an Schauspielworkshops zu machen, habe mich dann auf der Schauspielschule beworben in Berlin und wurde dann auch gleich genommen. Und so fing es mit der Schauspielerei rein. Also ich bin keiner von diesen, der gesagt hat, ich wollte schon immer Schauspieler werden. Musik 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 Musik